hoffentlich volle haute so noch mal bitte steine weg schlinks tot sein müssen ja dann macht man welche hier so machen meine truppe hinterher sie muss so langsam sind die typen das dauert immer so ewig ist die ist die hier ist die antanzen oder so haben wir jetzt hier mal kommen weiter feuer schön machen wir noch ein paar bogenschützen die sind ganz günstig warum verschwindet ihr nicht einfach so schön hinstellen und die anderen sind auch schon unterwegs ordentliche schönen reingerammelt alles richtig geil was gibt es hier neu ist dann halt nicht komm mal da hat kein bock abgehen hat kein sinn mir irgendwas zu machen hat er eine nachricht von schnäßig alles ist größer ist aber schon über das tier ist auf alle fresse also mache hier was die sache so jetzt hier ordentlich ja junge ich will den kalt machen auch kommen ja ja kommen das will ich ja ja ich habe ja schon vorgearbeitet also so jetzt die welt ist ordentlich ordentlich wegballern aber was man auf jetzt werde ich jetzt richtig den werde ich jetzt werde jetzt richtig hier richtig zeigen oder komm ich nehme euch alle mit hier mein bogen ist euer stellt euch alle hier her voller puller so ich werde euch den ordentlich zeigen also junge mache hin hier unsere schatzkammer lehrt sich oh alter mich doch junge mach essen ich bin so mit dem essen hier bärmig aber ich baue wie bekloppt essen und der macht alles voll warte mal das geht mir so nicht eine nachricht vom kalifen mache ich schon mal ich halte mich da noch nicht das nicht dort platz so mein herr jetzt haben wir noch ein paar neue hier los hingestellt ich kann noch mal ein paar neue machen hier zack so was ist euer problem wolle wolle ihr seid auch ihr seid komm geht gleich mal hier rein wo ist denn der typ holen wir holen wir neu so alle rein in die bude so jetzt ja jetzt nicht ordentlich eine nachricht vom kalifen bleib meine ländereien fahren ungläubiger hier drauf 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 hier macht die kalt also macht die kalt macht die kalt sehr gut hier weiter geht's immer drauf auf diese halbstaunen okay geil ordentlich ordentlich drauf wenn das so geht das so gefällt mir das mal klein ein paar bogen hier ein paar typen ordentlich mach mal ein waffen jawoll ich werde es euch schon zeigen ungläubiger schnauze ja geile geile kacke wie geil gewonnen mega geile dankeschön fürs zuschauen Leute haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten nächste folge bis dahin tschau und wie war es so gut ja es war relativ gut fünf vier sterne fünf sterne das ist ganz gut vier sterne das ist ganz gut dankeschön fürs zuschauen Leute haut rein bis zur nächsten folge tschüss